Ich bin Charlotte Dirksens, Country Manager MercadoMedic. Wir sind ein kleines Team, familiär, jung, international. Du hast ein Netzwerktalent, Begeisterung, Kreativität, ein Führerschein B. Du bist wohnhaft zwischen Würzburg und München oder Umgebung. Du wirst bei uns Kunden betreuen in hauptsächlich Mitte-, Ost- und Süddeutschland. Neu Kunden gewinnen, Produktpräsentationen halten, Beratungen bei unseren Endkunden durchführen. Unsere Kunden sind Fachhändler, so wie Sanitätshäuser oder Möbelhändler. Unsere Endkunden sind Menschen mit verschiedensten Arbeitsplätzen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Gewerbe, Kliniken, Industrie, sehr jung bis sehr alt und sehr klein bis sehr groß. Wir bieten Dir einen Job mit ganz viel Herzblut, mit Verantwortlichkeit. Wöchentliche 40 Stunden, vier Tage im Außendienst und einen Tag im Homeoffice. Arbeitsmaterial wie ein Firmenwagen, Caddy Maxi, ein Tablet, ein Laptop und ein Mobiltelefon. Der Job ist befristet bis Mai 2022 mit Möglichkeit auf unbefristete Weiterbeschäftigung. Interesse? Sende mir schnellstmöglich eine E-Mail an charlotte.merkadomedic.de mit Deiner Begründung per Video oder in Schriftform, mit Deinen Lebenslauf und Zertifikaten Deiner zu unserer Unternehmensgröße passende Gehaltsvorstellung. Mehr Informationen unter www.merkadomedic.de Ich freue mich.